Musik Es fällt, meine Damen und Herren, bei der Gestaltung dieser Sendereihe nicht immer leicht, sich zu entscheiden, welches Werk, welche Werke des Autors, der Autorin vorgestellt werden sollen. Das bekannteste, aber da lässt sich ja wenig Neues erzählen. Etwas Entlegenes gern, aber da rennt uns die Zeit davon. Und diese Zeit, das wird auch in dieser Sendung zum Thema, diese Zeit ist kostbar. Der Schriftsteller, den ich Ihnen heute vorstellen darf, der Engländer Lawrence Stern, macht uns die Auswahl leicht. Er hat nämlich praktisch nur ein einziges Werk geschrieben, in immer neuen Folgen zwar, doch stets unter demselben Titel, Leben und Ansichten des Tristam Shandy. Im englischen Original, The Life and Opinions of Tristam Shandy, Gentleman. Und das nicht weniger beliebte kleine Bändchen, das auch aus seiner Feder stammt, doch einen anderen Titel trägt, war ursprünglich gleichfalls als Teil des Gesamtwerkes konzipiert. Habe ich noch etwas unterschlagen? Ja, ein paar Bändchen mit Predigten und in der Hinterlassenschaft einen Briefwechsel. Predigten, klar. Teilweise sogar recht witzige Predigten. Unser Schriftsteller war schließlich ein geistlicher. Sohn eines Offiziers zwar, doch Urenkel eines Erzbischofs. Aber die Welt kennt ihn nicht als Kleriker. Sie kennt und verehrt ihn als einen der Begründer der Gattung Roman schlechthin. Kennt ihn, was nun gewiss sehr viel wichtiger ist, als die große Inspiration für satirisches und gefühlvolles, für absurdes, für anteilnehmendes und bisweilen grotesk komisches Erzählen. Schon manche von Ihnen, meine Damen und Herren, das wage ich jetzt einfach mal so zu behaupten, haben sich bereits Gedanken darüber gemacht, unter welchen Umständen Ihre Zeugung vonstatten ging. Allerdings würden die wenigsten von Ihnen bei einer gesellschaftlichen Zusammenkunft diese Überlegung gleich als erste öffentlich machen. Dem Vorgang haftet schließlich das Moment des Intimen, des Privaten an. Aber wenn wir jetzt das Wort gesellschaftliche Zusammenkunft ein wenig weiterfassen und auch den Auftritt eines Autors darunter verstehen, der zum ersten Mal seinen Lesern gegenüber tritt, dann dürfen wir getrost etwas verblüfft sein, wenn diese Vorstellung mit den Worten beginnt. Ich wünschte, entweder mein Vater oder meine Mutter oder besser beide, da beide auf gleiche Weise dazu verpflichtet wären, hätten darüber nachgedacht, worum es sich in Wirklichkeit handelte, als sie mich zeugten. Und genau so beginnt dieser Roman. Elementar, ab owo, fundamental, wenn Sie so wollen, und damit den Vorhang zu einer gewaltigen Bühne aufreißend. Eine Bühne, die uns alle Möglichkeiten, Verwirrungen, falsche Fluchten, Selbst- oder Fremdtäuschungen vorführt, die auf jenen Akt der Entstehung eines neuen Lebens einwirken und somit jener geheimnisvollen, für das neue Wesen so wichtigen Lebensgeister prägen. Eine Bühne zudem, auf der wir die großen Denker und die Vordenker der Denker jener Zeit kennenlernen. Philosophen, Anatomen, Militärstrategen, Astronomen, doch auch Geburtshelfer und ihre gelehrten Einlassungen. Das Buch heißt schließlich Leben und Ansichten. Und sein vermeintliches Programm besteht darin, so viele ideelle wie materielle Einflüsse zu untersuchen, die aus einem Homunculus jenen Tristum Shandy machten, dessen Lebensgeschichte uns eröffnet wird. Aber vergessen wir nicht, meine Damen und Herren, es ist ein Geistlicher, der hier seine ersten Worte an uns richtet. Ein Mann, der zu jener Zeit, als Tristum Shandy erschien, in eher auskömmlichen wirtschaftlichen Verhältnissen lebte, allerdings mit den unverkennbaren Boxhörnchen des sentimentalen Satirikers ausgestattet war. Das konnte nicht ganz ruhig ausgehen. Geboren wurde Lawrence Stern 1713 als, wir haben schon darauf hingewiesen, als Sohn eines englischen Offiziers, der seine Dienste anfangs in Irland, später in Flandern versehen musste. Der Vater starb, als der kleine Lawrence zehn Jahre alt war. Ein freundlicher Onkel nahm sich das Buben an und ermöglichte ihm ein Studium der Theologie am schon damals sehr renommierten Jesus College in Cambridge. Mit 23 erhält er seine erste Pfarrstelle im Norden Englands, bald darauf eine zweite Pfrunde in York. Er kann heiraten. Ein Mädchen kommt zur Welt, von der die Biografen behaupten, ihr Vater habe sie gleichermaßen herzlich geliebt wie vernachlässigt. Nicht alle Pfarrer der anglikanischen Kirche hatten damals ein pralles Auskommen. Doch so richtig schlecht gestellt waren die wenigsten. Das lag auch daran, dass die Kirchenoberen argumentierten Kleriker müssten schon deshalb gut bezahlt werden, damit sich die Intelligenz des Landes nicht anderen berufen, dem Handel etwa oder den Finanzen zuwenden. Das Argument klingt unseren Ohren vertraut, heute reden so unsere Banker. Aber ich erwähne diesen Umstand auch, um anzudeuten, dass schon eine gewisse Verwegenheit dazu gehörte, diese nicht unbehagliche Position zu gefährden. In etwa durch das Verfassen satirischer Schriften, etwa durch die Publikation eines Romans, der gleich im ersten Satz auf eine Bettgeschichte hinweist. Lawrence Stern gestattete sich diese Kühnheit im Sommer des Jahres 1757. In seiner Gemeinde in York löste das Buch einen frillen Skandal aus. In London erregte es zunächst amüsierte Aufmerksamkeit, dann eroberte es die Salons. Nein, nicht alle Salons naturgemäß. Auch hier in London wurden Nasen gerümpft, einmal von seinen Amtsbrüdern, zum anderen von manchen bekannten Platzhirschen der Literaturszene, die, wie es die Art solcher Platzhirsche ist, dem Neuankömmling keinen Platz am Trog gestatten wollten. Nichts Ausgefallenes kann von Dauer sein, bemerkte etwa der säuerliche Samuel Johnson. Diesem Buch, fügt er hinzu, gebe ich keine Zukunft. Das musste er auch nicht, denn das besorgt eine andere. Der mit seinen jetzt 44 Jahren für die Verhältnisse der Zeit schon nicht mehr ganz junge Stern, wurde hofiert, herumgereicht, vom weiblichen Geschlecht selbstverständlich auch adoriert, was er sich gern gefallen ließ. Sein Herz stand vielen offen und bewegte sich auf ständiger Entdeckungstour. Es kam sogar vor, dass er aus Zeitnot Briefe, die ihm frühere Lieben aus Zorn oder Enttäuschung zurückgeschickt hatten, einfach kopierte und mit neuer Adresse weiterverwendete. Was Mrs. Stern davon hielt, ist leicht zu erraten. Schon zu Anfang ihrer Ehe galten ihre Nerven als nur leicht belastbar. Als ihr Mann für zwei Jahre nach Frankreich zog, wo das Buch, Tristam Shandy, ein ebenso großer Erfolg war wie auch in Deutschland, also als die Sterns auf den Kontinent zogen, folgte Elizabeth, dem Gatten. Doch als es den zweieinhalb Jahre später wieder zurück nach London zog, blieb sie in Frankreich. Stern verliebte sich in England in die Frau eines britischen Kolonialoffiziers. Doch die kehrte zu ihrem Mann zurück. Auch das brach ihm das Herz. Doch Stern war ohnehin von keiner kräftigen physischen und psychischen Konstitution. Seit seines Lebens litt er an Blutstürzen. Ein schwerer Anfall ereilte ihn im März 1768. Es war die letzte Attacke. London, England, die literarische Welt beklagten den Verlust eines Schriftstellers, der nicht nur ein Buch hinterließ, das Generationen von Lesern glücklich machte und machen würde. Stern hatte auch den überkommenen Techniken des Lesens und des Schreibens neue aufregende Wendungen hinzugefügt. Beginnen wir mit dem ersten Knoten der Zeugung und der ganz frühen Kindheit unseres Helden. Nichts läuft hier gradklinig. Wir erfahren nach und nach, und wenn Sie das Bild gestatten, wie beim Entrümpeln einer Geschichte, dass Vater Walter Shandy, Anhänger einer physiologischen Theorie ist, der zufolge die Körpersäfte besonders harmonisch aufeinander abgestimmt sein müssen, soll Gutes gelingen, wie eben bei einer Zeugung. Wenn aber die Ehefrau kurz vor dem heiligen Moment, es ist ein Samstagabend, den Gatten fragt, ob er daran gedacht hat, die Wanduhr aufzuziehen, dann erzürnt das den Gatten und Zorn bringt nun einmal die Harmonie der Säfte empfindlich durcheinander. Oder nehmen wir das nächste Unheil, die Nase. Vater Shandy, ein durch und durch spliniger Kerl, hatte durch sorgfältiges Studium herausgefunden, dass zwischen der Wohlgestalt der Seele und jener der Nase eine so direkte Abhängigkeit bestehe, dass sein Sohn unbedingt mit einem ganz edel geformten Riechorgan auf diese Welt kommen sollte. Aber natürlich stellt sich der Arzt, dieser vertrottelte Doktor Slopp, bei der Entbindung so töricht, so dumm an, dass bei der Nase von Wohlgestalt beim besten Willen des Erzählers nicht mehr die Rede sein kann. Schief geht, hier kommt die nächste Kalamität, schief geht auch die Sache mit der Kindstaufe. Die soll in Windeseile erfolgen, denn es ist ja bekannt, welches Schicksal ein Baby erwartet, das ungetauft stirbt. Woters Shandy hatte sich auch einen besonderen Namen für das Kind zurechtgelegt. Hermes Trimigestus ist das Vorbild, doch in der Eile wird dem Pfarrer der Name in der verstümmelten Form Tristram ins Ohr gebrüllt. Und unter diesem Namen wird das Sakrament auch gespendet, wobei doch der Name für das Kind genauso wichtig ist wie das Ebenmaß seiner Nase. Die Katastrophen beginnen in diesem Roman immer im Kleinen. Oft im häuslichen Ungemach, einer Frage zur falschen Zeit, eines schlecht befestigten Fensters oder eben einer Unachtsamkeit des Dorfarztes. Doch durch die grandiosen metaphysischen Spekulationen, durch jene Ansichten, die Opinions, aus dem Titel des Buches werden die banalen Anlässe gleichsam mit einem göttlichen Heils- oder besser Unheilsplan verwoben. Glücklich ist dagegen der Bruder von Walter Shandy, Onkel Tobi, ein pensionierter Offizier, der seine Zeit damit verbringt, bereits abgeschlossene Handlungen zu rekonstruieren. Es geht um Feldzüge und Belagerungen, an denen der Onkel teilgenommen hat und die er mit seinem Burschen in Miniaturform nachbaut. So sind die Schrecknisse der Welt. Beim einen Bruder ein stets drohendes kosmisches Verhängnis und der andere Bruder schließt sich dagegen in eine Spielzeugwelt ein, von der nichts Gefährliches mehr ausgehen kann. Und da er alles, was gesagt wird, wortwörtlich nimmt, nichts in einem spekulativen Sinn versteht, kann er auch ohne arg mit der Sprache seines ehrlichen Herzens reden. Klar, ich gestatte hier mir eine kleine Abschweifung. Selbstverständlich versetzt der Autor seinen kirchlichen Mitbrüdern einen poetischen Tritt, wenn er für die Rolle des Guten keinen Geistlichen, sondern ausgerechnet einen ausgemusterten Mann des Militärs auswählt. Und Stern ist auch ein veritabler Meister darin, beim Leser Rührung zu erzeugen. Es gibt eine kleine Szene, in der Ankel Tobi in seiner Ruhe von einer Stubenfliege gestört wird. Was macht der alte Krieger? Er fängt die Fliege mit der Hand, öffnet das Fenster und entlässt sie mit den Worten Fliegt nur davon, kleines Tier, auf dieser Welt ist genug Platz für uns beide. Sentimentalität und Ironie so eng parallel durch Höhen und Tiefen führen zu können, zeugt einmal von immensen literarischen Gestaltungsvermögen. Es zeugt aber auch davon, dass Stern einen guten Instinkt für literarische Kollegen hatte, deren Werke er als Geistesverwandt empfand. Das waren in erster Linie Rabelais und Ferrantes. Vom großen Spanier ließ er sich in die Kunst einführen, den Leser immer wieder direkt anzusprechen, ihn höchstpersönlich auf Widersprüche im Text aufmerksam zu machen oder ihm auch einmal eine völlig leere Seite zu präsentieren. Zur Welt kommt der junge Tristam übrigens erst am Ende des Buches und damit sind wir wieder beim Problem der Zeit. Man kann nun einmal nicht so schnell aufschreiben, wie man lebt. Man kann nicht einmal so schnell sprechen, wie man es in einer Sendung über Laurence Stern gerne täte. Von wegen Samuel Johnson, von wegen diesem Buch gebe ich keine Zukunft. Dummes Zeug. Mit jedem Lesen beginnt seine Geburt, nämlich wieder von vorn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017